Ja, dann kommen wir zum Thema Datenbanken, bevor es praktisch losgeht, ein kleiner theoretischer Input. Wie kann man sich so eine Datenbank vorstellen? Wir haben eine Gruppe von Benutzer, die wollen in eine Bibliothek gehen und damit da nicht wild die Bücher rausgezogen und beim Zurückgeben reingesteckt werden, braucht man einen sogenannten Bibliothekar, der da entsprechend aufpasst, wo die Information oder in dem Fall das Buch dann wieder zurück an die richtige Stelle kommt. Genauso verhält es sich auch in der Datenbank. Die Datenbank, die besteht einmal aus der Datenbasis und einmal dem Datenbankmanagementsystem, der dann so wie der Bibliothekar auf die Datenbasis dann zugreift. Ja, jede Datenbank besteht aus Datentabellen. Man spricht da auch von Relationen. Jede Relation besteht aus verschiedenen Attributen, den sogenannten Feldnamen und darunter angegliedert sind dann praktisch die ganzen Datensätze, also die Informationen dieser Tabelle und jede Zelle enthält praktisch einen Attributwert. Im Gegensatz zu Excel ist es bei Datenbanken auch noch wichtig, welche Datentypen man verwendet und die muss man entsprechend festlegen. Jetzt an diesem Beispiel mit dieser Filmtabelle, wenn wir hier im Einzelnen durchgehen, wir haben hier die Filmnamen, Jahr, Regisseur, Genre, Budget und wenn wir das hier aufschlüsseln, dann haben wir hier beim Filmname, haben wir den Feldtyp Text, bei dem Jahr Integer, das sind die ganzen Zahlen, dann kommen wieder zwei Textspalten und hinten bei Budget haben wir den Feldtyp Real, das sind praktisch alle Zahlen, auch mit Kommazahlen, Beträge, die man hier zuordnen kann. Ja, wie kann man jetzt einen Datensatz in der Datentabelle genau kennzeichnen? Wenn man jetzt über den Filmnamen das Ganze versucht, funktioniert nicht, weil es gibt verschiedene Filme, die aber gleich heißen. Dann mit dem Jahr funktioniert es auch nicht, weil in dem Jahr verschiedene Filme zusätzlich rauskamen. Über den Regisseur ist es auch nicht möglich und deshalb braucht man hier eine weitere Spalte mit einem sogenannten Identifikationsschlüssel oder Primärschlüssel, sodass man praktisch über diese Nummer der ID jeden Datensatz dann eindeutig klassifizieren kann. Im späteren Verlauf werden wir uns Datenbanken, die ja nicht nur aus einer Tabelle bestehen, sondern aus mehreren Tabellen genauer ansehen und wir werden dann auch feststellen, wir können nicht alle Daten in eine einzige Tabelle eintragen, weil hier sehr viele Doppelungen dann bestehen, sondern man macht es dann so, dass man sich mit einer zweiten Tabelle behilft. Also hier im Beispiel eine weitere Tabelle Label mit einer eindeutigen Identifikationsnummer und diese Identifikationsnummer wird dann statt dem Namen hier hinten verwendet. Ich kann hier einen Schlüsselbezug festlegen und dann sehe ich hier praktisch Label Identifikationsnummer 1 und dann schaut das Programm nach, was ist denn hier bei der 1, Aha, Elektro Records und bei der 2, Acto Records. Ja, so kann man das auch mit den anderen Spalten machen. Machen wir mal weiter mit der Gruppenbezeichnung. Da kann ich auch auf eine andere Tabelle verweisen, jeweils mit der ID 1 und 2 und habe hier unten dann die Musikgruppennamen. Ich kann aber auch noch weitergehen. Ich kann hier statt dem Album die CD-Nummer entsprechend aufschlüsseln und in einer weiteren Tabelle dann den Albumnamen und dann das Veröffentlichungsdatum zum Beispiel, sodass ich mir diese Spalte in der Datenbank, in der Datentabelle dann sparen kann. Ich kann hier nicht mehr aufschlüsseln.